In den vergangenen Videos habe ich euch über die Wichtigkeit von Konventionen etwas erzählt und nun kommen wir zu einem Bereich aus diesem Bereich der kleinen Einblicke in den Bereich Gebrauchstauglichkeit, den ich hier Sprache genannt habe. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat das auch viel mit Konventionen zu tun. Nicht alles davon hat mit Konventionen zu tun, aber naja, wie man Dinge nennt und was irgendwo steht, das hat auch ziemlich viel mit Konventionen zu tun. Vor allen Dingen, wenn ihr mal an so etwas wie eine Aufgabenkonventionalität denkt, also an aufgabenkonforme Gestaltung und seht euch dann so ein Fenster an, wie das, was hier abgebildet ist und dann steht da so etwas wie die Syntax für den Seitenbereich ist ungültig, dann kann man sich fragen, wann ist so eine Sprechweise, die Syntax ist ungültig, für irgendeine Aufgabe jemals angemessen. Das ist so eine typische Frage von den Don'ts. Also wir sind hier in einem Bereich, der sehr technisch ist, sehr informatisch ist und dass da irgendetwas angemessen ist für eine Aufgabe, das ist unwahrscheinlich. Und in diese Richtung gehen viele der Hinweise, aber nicht alle Hinweise, aber viele der Hinweise, die ich euch erzählen möchte im Bereich Sprache, gehen in diese Richtung. Wenn man sich Sprachhinweise, Hinweise auf Sprache anguckt, dann kann man erstmal relativ allgemeine Hinweise geben, dass man zum Beispiel eine ziemlich direkte Sprache verwenden sollte, also keine negativen Ausdrücke, was ich jetzt nicht meine im Sinne von denjenigen auf der anderen Seite nicht runter machen. Das ist zwar auch eine Forderung, die man durchaus stellen kann, also die Leute zum Beispiel in Fehlermeldungen nicht beschuldigen, aber was ich hier meine ist, dass man im logischen Sinne, also im Sinne einer logischen Aussage, möglichst positive Aussagen verwenden sollte und weniger negative und schon gar keine doppelt negativen Aussagen, was schnell mal passieren kann, dass man sowas bekommt, wie wollen Sie Ihre Arbeit wirklich nicht verwerfen? Und dann kriegt man auch noch Ja, Nein, was ja sowieso kritisch ist, da haben wir ja schon häufiger mal drüber gesprochen. Und dann fragt man sich jetzt mal, um Gottes Willen, was muss ich denn jetzt drücken, um Ja, wenn ich, was passiert jetzt, wenn ich Ja oder Nein anklicke? Gerade die generischen Buttons sind dann besonders schwierig. Oder ein anderes Beispiel aus eigener Erfahrung, eine Mediensteuerung in der Fürstenallee in der Uni Paderborn. Da kann man das Bild schwarz schalten und das nennen die Picture Mute. Und dann wird da gesagt, Picture Mute ist aus. Das ist auch sowas, das ausgeschaltete Bild ist aus und das ist irgendwie schwer zu verstehen, was da eigentlich genau das sein sollte, was man eigentlich einstellen müsste. Man soll ebenso keine zu langen Sätze verwenden im User Interface. Häufig hat man im User Interface gar keine Sätze, sondern eigentlich eher, sagen wir mal, Satzfragmente oder kürzere Ausdrücke. Und auch sowas wie Konjunktivkonstruktion, also grammatisch komplexe Konstruktionen, die sollte man natürlich vermeiden. Okay, das sind fast Hinweise, jetzt mal von der Hinweis, vielleicht gar keine Sätze zu verwenden, abgesehen, die man auch für Anleitungen nehmen kann, vielleicht sogar für allgemeine Sätze, vielleicht wären es sogar gute Hinweise für Vorlesungen oder Videos, wie das Video, was ihr euch hier gerade anhört. Was interessanter ist und vielleicht auch ein bisschen spezieller, gerade für den Bereich der Softwaregestaltung, Softwaregestaltung, vor allen Dingen gerade in dem Zusammenhang mit uns als Softwaregestalter oder mit euch als Softwaregestalter. Ich gehe jetzt von euch als Informatikstudierenden aus. Da müsst ihr natürlich immer daran denken, ihr seid als Informatikstudierende natürlich anders als die Leute, die eure Produkte hinterher nutzen müssen. Also nicht ganz anders, aber es gibt viele Dinge, die bei euch anders sind als bei denen, was das Wissen über informatische Zusammenhänge angeht natürlich, aber auch was zum Beispiel einen gewissen Slang angeht und gewisse Begrifflichkeiten, die im Bereich der Informatik genutzt werden, die vielleicht außerhalb dessen gar nicht oder anders verstanden werden, was zu Problemen führen kann. Zum Beispiel so allgemeine Begriffe wie Datei und Daten. Die werden in der Informatik natürlich verwendet an vielen Stellen, aber auch in der Informatik, wenn man ganz ehrlich ist, mal nicht einheitlich. Und wir wissen dann in der Regel aus dem Kontext heraus, was das jetzt eigentlich bedeutet. Wenn man eine Software gestaltet, dann ist es meistens so, dass so Allgemeinbegriffe wie Datei und Daten nicht unbedingt notwendig sind und man sie durch konkretere Begriffe wie Textdokument oder Kontaktinformationen, um natürlich nur mal zwei zu nennen, ersetzen kann und dann ist man meistens auf der viel sichereren Seite, dass das Gegenüber das auch versteht. Englische Ausdrücke sind in der Informatik natürlich weit verbreitet. Also natürlich, wenn man englische Software hat sowieso, aber auch wenn man deutsche Informatiker mit Informatikern Deutsch spricht, sind Begriffe wie Backup, Viewer, Shell und Co. sehr verbreitet und sollten nach Möglichkeit übersetzt werden in die entsprechend üblichen Begriffe. Man sollte natürlich auch nicht eine Zwangseindeutschung versuchen, das ist oft sehr albern, sondern das Ganze sinnvoll machen. Aber häufig sind gerade solche Begriffe ein bisschen schwierig, zumal sie auch eine Tendenz haben, so Allgemeinbegriffe zu sein. Dann, und das ist sehr wichtig, gibt es in der Informatik Begriffe, die in der IT eine bestimmte Bedeutung haben, oft in einem speziellen Kontext, die aber außerhalb der Informatik andere Bedeutungen haben. Hier sind ein paar angegeben. Zertifikat. Ein Zertifikat kriegt man üblicherweise, wenn man etwas abgeschlossen hat, zum Beispiel, wenn ihr vielleicht diesen Kurs hier abgeschlossen habt oder wenn ihr euren Bachelor habt, dann kriegt ihr ein Zertifikat. Das ist aber nicht gemeint, wenn man in der Informatik über Zertifikate spricht. Und wenn man dann solche Begrifflichkeiten den Nutzer auferlegt, wie sie müssen erst ihr Zertifikat installieren oder besser noch so allgemeine Ausdrucke wie Zertifikatsfehler, dann stößt man auf großes Unverständnis. Ein Konto hat man üblicherweise bei der Bank. Ein Prozess führt man üblicherweise vor Gericht. Es gibt dann in der Bildungssprache auch noch den Prozess als ein Vorgang, der durchgeführt wird. Aber erst mal ist das nur in der Bildungssprache so und verbreitet als Begriff. Und auch dann bezieht er sich häufig auf eher menschliche Prozesse, denn auf Prozesse im Computer. So wie wir auch hier in dieser Veranstaltung ja den Begriff Prozess als etwas im Computer Ablaufendes beschrieben haben, was abgebrochen werden kann oder gesteuert werden kann. Auch solche Begriffe wie Routine zum Beispiel sind Begriffe, die in der Realwelt, wenn man das mal so nennen möchte, eine andere Bedeutung haben. Und wenn es möglich ist, vermeiden wir sie doch. Es gibt ein paar Ausdrücke, die entlarven uns als Informatiker schnell. Wenn ihr in der Mensa seid, vorausgesetzt es ist eine Mensa offen, und ihr hört da jemanden sagen, die Spaghetti sind standardmäßig mit Parmesan, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das ein Informatiker ist oder jemand, der informatiknah ist. Und wenn ihr das selber sagt, dann outet ihr euch. Begriffe wie standardmäßig oder noch schlimmer per Default sind sehr typische Informatikbegriffe, die eigentlich sind es gar keine Begriffe, sondern so Slang irgendwie, so ausdrucksweisen, genauso wie der Rollout oder solche Begriffe, die irgendwo in der Softwareentwicklung ihre Berechtigung haben, aber die außen eher wenig verstanden werden oder komisch klingen zumindest. Dann gibt es natürlich komische Metaphern wie Child Died, wenn man über Kindprozesse spricht. Also Prozess ist schon schwierig, Kindprozess und dann Died. Und dann hat man Child Died. Das löst Irritationen aus. Wir sehen das gleich noch auf einem Bild. Ja, und dann gibt es hier nochmal drei Beispiele. Also es gilt eigentlich immer, die eigene Sprache mal zu reflektieren und zu überlegen, ob das, was man da sagt, vielleicht etwas ist, was Informatikerslang ist und in der Außenwelt eher wenig zu tun hat. Das Erste, da kann ich euch aus meiner Schulzeit eine Anekdote erzählen. Ein Mitschüler von mir, der hat an einem Computer erklärt, hat Lehrern erklärt, also es saß ein Lehrer eigentlich im Klassenraum und er als Schüler stand vorne, verteilte Rollen und er hat eine Einführung gegeben in ein Computersystem. Naja, so war das halt. Und hinten im Rechner steckte ein USB-Stick. Das war seinerzeit noch so, hatte der Rechner vorne keine Anschlüsse, sondern dieser Rechner hatte nur hinten hinter USB-Anschlüsse. Der Rechner stand so auf dem Tisch. Das heißt, die Leute guckten quasi von hinten auch auf den Rechner. Und dann erzählte er etwas vom Datenträger auswerfen und ein Lehrer, der dort hinter saß, der brachte sich in Sicherheit oder versuchte das, weil er die Annahme hatte, dass wenn man den USB-Stick auswirft, der dann hinten auch herausfliegt aus diesem Gerät. Also auch das ist so eine komische Informatikersprechweise. Die Datei ist korrupt. Wie können Dateien korrupt sein? Korrupt bedeutet doch irgendwo kriminell oder bestechlich, in diesem Sinne kriminell. Wie kann das passieren? Das passiert daher, dass das englische Wort corrupt auch so etwas wie fehlgeformt oder kaputt gegangen heißen kann. Das deutsche aber nicht und das ist also eine Fehlübersetzung. Und das letzte, auch schön, der unerwartete Fehler. Ein guter Freund von mir hat sich lustig gemacht, immer darüber, über den Ausdruck unerwartete Fehler und hat gesagt, ihr Informatiker, ihr seid ja wohl blöd. Warum erwartet ihr denn eure Fehler? Oder macht doch gefälligst eure Software so, dass die gar keine Fehler hat. Und dann habe ich ihm natürlich erklärt, was es damit auf sich hat und dass das vor allen Dingen eigentlich auch ein falscher Ausdruck ist. Denn eigentlich geht es hier gar nicht um Fehler. Wenn man wirklich den Informatikfachbegriff verwenden müsste, müsste man hier von einer nicht gefangenen Ausnahme reden oder einer Uncaught Exception. Unerwarteter Fehler ist was Komisches. Versucht das möglichst zu vermeiden. Man kann das nicht immer. Aber also jemandem dieses so entgegenzubringen, hilft demjenigen auch nicht weiter. Und zu was das führt, zu welchen Merkwürdigkeiten das führt, da habe ich mal so eine Sammlung gemacht. Da gibt es ja auch im Internet so Halls of Shame, wo ganz absurde Meldungen, häufig wirklich auch durch Fehlprogrammierungen entstandene Meldungen zu sehen sind. Darauf will ich hier gar nicht hinaus, sondern das hier ist sowas, wo diese typische Informatikerslang zum Kunden durchgedrungen ist, zum Endanwender, Kunde ist vielleicht nicht unbedingt immer das richtige Wort, zum Endanwender durchgedrungen ist. Und diesen Druckendialog, dieses Fenster da mit OK beschriftet, ja, das hatten wir eben schon, die Syntax für den Seitenbereich, Syntaxfehler, ja, wer programmiert, der kennt das, aber wer nicht programmiert, der kennt das vielleicht dann, wenn er Sprachwissenschaftler ist und sonst kennt das niemand. Oben rechts haben wir wirklich das klassische Beispiel, Ups, Child Ride, auch noch mit Ups davor, das ist wahrscheinlich Object-Oriented irgendetwas, skurril, dass das so passiert ist. Und das, was dahinter liegt, das ist ein Screenshot, der mir tatsächlich untergekommen ist, im Update-Prozess von Windows 10 und dann hat sich ein Prozess gemeldet, ein im Hintergrund laufendes Programm, Runtime-Broker und sagt, die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand. Okay, ich bin Informatiker, ich kann mir unter Gruppe was vorstellen, unter Ressource, ich weiß, was ein Vorgang ist und ich weiß, was Zustände sind, habe aber gar keine Ahnung, was diese Begriffe in diesem Zusammenhang jetzt sollen, zumal ich auch nichts explizit aufgerufen habe, sondern es einfach im fortlaufenden Prozess passiert ist. Aber selbst ich, der irgendwie mit den Begriffen was anfangen kann, wo ich annehme, dass das bei euch ähnlich ist, wenn man jetzt jemanden da nimmt, der das nicht kennt, der diese Begriffe nicht kennt, dem sagt er es noch weniger und für den ist es noch verwirrender und es ist irgendwie ein Kauderwelsch, was hier einem angeboten wird. Kommen wir zu einem ganz anderen Punkt, nämlich zum Übersetzen von Software. Ich habe euch ja beim letzten Mal über die Notwendigkeit erzählt, beim Übersetzen vorsichtig zu sein, nämlich auf das Zielland zu achten und auch darauf zu achten, dass man im Zweifelsfall auch Bilder übersetzen muss, also andere Bilder verwenden muss. Und hier sind wir in einem Bereich, der auch viel mit der Internationalisierung und Lokalisierung zu tun hat, nämlich, dass man Software ja häufig nicht so gestaltet, dass irgendwelche Strings da drin hart reinkodiert werden, die eine bestimmte Sprache haben, sondern dass man das in einer Sprachdatei auslagert, sodass Software in verschiedenen Sprachen funktioniert und man das im Zweifelsfall in der Software umstellen kann oder die Software sich am Betriebssystem orientiert und das in der entsprechenden Sprache anzeigt. Und da passieren immer Fehler und das sind sehr typische und sehr nachvollziehbare Fehler, wenn man erstmal darauf gekommen ist, woran das liegt. Es liegt nämlich daran, dass nicht im Kontext übersetzt wurde. Guckt euch mal das hier an, dieses erste Beispiel. Da steht in einer Spalte hinten immer, geerbt von keine. Keine? Das ist irgendwie komisch. Das Problem ist, im Original steht da, also im englischen Original, wenn wir mal davon ausgehen, dass die englische Sprache die Basissprache ist, von der hier übersetzt wurde, steht da none. Nun und dieses Wort none, das kann man natürlich auf ganz verschiedene Arten ins Deutsche zu übersetzen. Nichts, keine, keiner, keines. Hier ist die Variante, die gewählt wurde, nicht die richtige. Das nächste ist auch ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Wenn man zusammengesetzte Strings hat, also man möchte etwas ausdrücken, was einen Zusammenhang ergibt, also man hat einen Satzteil und dann vielleicht den Namen und dann noch ein Satzteil oder zwei Halbsätze, die man zueinander gestalten muss, dann geht das in der Regel oder zumindest oft beim Übersetzen schief. Und hier ist es so passiert, dass ein Satz sich gebildet hätte, aus der aber in zwei verschiedenen Elementen steht, nämlich einmal in einer Beschriftung und einmal in einem Auswahlfeld. Das ist aus der Windows-Systemsteuerung. Und schaut mal auf der linken Seite, das Englische, da steht roll the mouse wheel to scroll multiple lines at a time. Das ergibt Sinn. Dieser Zusammenhang, das kann man so in eins durchlesen. Das Deutsche kann man nicht lesen. Da steht Mausrate drehen, um einen Bildlauf auszuführen, mehrere Zeilen auf einmal. Da hat also jemand die erste Zeile einzeln übersetzt und hat gedacht, man muss roll the mouse wheel to scroll, übersetzen und hat daraus gemacht, Mausrad drehen, um einen Bildlauf auszuführen. Und multiple lines at a time, mehrere Zeilen auf einmal, ist auch so übersetzt worden. Das ist Mist. Man müsste das, im Deutschen müsste diese mehrere Zeilen auf einmal eigentlich mitten in diesem Satz stehen. Das sollte man getunlichst vermeiden. Also nicht versuchen, Leute so Sätze irgendwie zusammenbauen zu lassen. Das geht schief. Die Grammatik ist ja unterschiedlich zwischen verschiedenen Sprachen. Was haben wir als nächstes? Taskleiste fixieren. Da steht ein. Das ist auch eine Eigenartigkeit eigentlich der deutschen Sprache. Wenn man etwas einschaltet, dann ist es an und nicht ein. Im Englischen ist das nicht so. When you turn it on, it is on. When you turn it off, it is off. Aber im Deutschen funktioniert das nicht. Da ist es etwas anders. Und deswegen müsste an der Stelle nicht ein stehen, sondern an. Oder zumindest könnte auch anders stehen. Das ist ein bisschen schwierig. Wo es wirklich ein Fehler ist, wirklich ein Übersetzungsfehler, also dies ist ja gut verständlich, aber ein wirklicher Übersetzungsfehler, der entsteht hier unten bei der Tastenkombination. Das ist die Einstellung für die Maustasten, welches die Haupttaste ist und welches die zweite Taste ist. Primäre und sekundäre Taste heißt das hier. Und da steht Umschalten. Umschalten? Was stand da im Original? Da stand Switch. Und Switch kann Umschalten heißen oder Austauschen. Und in diesem Falle wäre Austauschen die richtige Variante, beziehungsweise nicht Austauschen, sondern Vertauschen. Man will die beiden Tasten vertauschen, nicht umschalten. Was will man da umschalten an diesen Tasten? Da ist nichts dran, umzuschalten. Und hier auch wieder, hier steht Stift und Toucheingabe steht dann dafür. Diese Anzeige ist keine Stift oder Toucheingabe verfügbar. Was steht da im Englischen? Display. Display kann Anzeige heißen. In diesem Fall ist aber eigentlich der Bildschirm damit gemeint. Das ist auch wieder ohne Kontext übersetzt worden. Und das ist ein ganz großes Problem, was immer wieder passiert, das ohne Kontext übersetzt wird. Diese Beispiele waren jetzt alle aus irgendwelchen Systemeinstellungen bei Microsoft. Das ist aber nicht auf Microsoft beschränkt. Ich zeige euch das nochmal an anderer Stelle. Ein sehr verbreitetes Programm. Jetzt hier im Macintosh-Bereich. Ihr seht hier oben ein Ausschnitt, das ist aus dem Programm Kino. Das ist das Programm, vor dem ich hier gerade sitze, mit dem ich hier diese Präsentationen erstellt habe und auch aufzeichne. Und was kann ich da machen? Ich habe hier ein Objekt markiert, hätte ich jetzt, wenn ich sowas sehe, und kann dann einstellen, wie dick eigentlich die Umrahmung ist oder welche Art eigentlich die Umrahmung ist. Das ist hier Stroke genannt. Und dann kann ich da auswählen Line. Und Line ist auch ganz korrekt übersetzt worden, ins Deutsche, mit Linie. Linie, okay. Das ist die deutsche Variante dazu. Und das Wort Line ist mit Linie übersetzt worden. Jetzt gibt es natürlich noch andere Einstellungen, andere Arten von Objekten. Und zum Beispiel Text. Und Text, bei Texten kann ich natürlich angeben, wie weit der Zeilenabstand eigentlich ist. Da haben wir ja vor Wochen auch drüber gesprochen. Und da gibt es das Wort Lines. Okay. Und jetzt ist ganz logisch übersetzt worden und offensichtlich ohne Kontext übersetzt worden. Das Wort Line heißt Linie. Was heißt dann wohl Lines? Lines wird dann ja wohl Linien heißen. Aber die Zeilen vom Text heißen eben Zeilen und nicht Linien. Sind nicht Linien von Text. Das heißt, hier ist das Wort im Englischen für Zeile und für Linie das Gleiche, im Deutschen aber nicht. Und wenn man das ohne Kontext übersetzt, dann passiert so ein Mist. Anderer Stelle ist es auch passiert. Und zwar, das ist auch ein ganz typisches Problem. Gerade zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Aber wahrscheinlich auch zwischen mehreren Sprachen. Vor allen Dingen, wenn man aus dem Englischen übersetzt. Und das ist ja mittlerweile Standard. Denn Software wird ja auf Englisch üblicherweise erst einmal erzeugt. Und auch die Grundsprache der Übersetzung ist ja üblicherweise erst einmal Englisch. Wenn man so ein Wort wie Group nimmt, dann weiß man nicht, ob das ein Verb ist, in diesem Falle eher ein Imperativ, also Gruppiere oder Gruppieren, oder ein Nomen ist, die Gruppe. Das kann beides heißen. Man kann im Englischen Verben, Imperative und Nomen häufig nicht unterscheiden. Im Deutschen aber schon. Und wenn dann jetzt das Wort Group einmal schon übersetzt wurde, dann kommt es zu Fehlern. Das ist jetzt hier aus der gleichen Software. Was mache ich? Ich habe mehrere Objekte, mache rechte Maustaste und sage dann Gruppieren. Ich gruppiere diese zwei Objekte zu einem Objekt. Sehr sinnvolle Funktion, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und was entsteht dann für diese Software hier? Es entsteht eine Gruppieren. Dieses gemeinsame Objekt ist dann ein Gruppieren. Müsste Gruppe heißen, aber es wird Gruppieren genannt. Und so erscheint es dann zum Beispiel hier bei der Reihenfolge der Animationen. Das Kuriose an dieser Stelle ist, genau den gleichen Übersetzungsfehler gibt es bei PowerPoint auch. Exakt den gleichen. Komisch, wie das zustande kommt. Ich habe mich dann gefragt, ob das irgendwie Absicht ist, dass sie absichtlich den gleichen Fehler gemacht haben. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Da gibt es ja auch eigentlich gar keinen Sinn. Hier ist übrigens etwas Schönes noch passiert. Das hier ist das Fenster. Das kommt, wenn man mit Windows 10 eine Internetverbindung herstellen will. Und zwar nicht über eine Route, sondern direkt von einem Computer aus. Macht man heute nicht mehr so oft. Aber die Funktionalität existiert natürlich noch. Und dann kommt hier Connect to the Internet. Da kann man alles mögliche eingeben. Und unten ist so ein Hilfetext verlinkt. Also es würde sich dann ein Teil der Windows Hilfe öffnen. Und da steht I don't have an ISP. Und für die deutsche Variante ist das Ganze viel prekärer. Denn da hat man das übersetzt mit es gibt keinen Internetdienstanbieter. Es gibt zwar Gegenteil in Deutschland, in denen das so ist, aber das kann ja nicht gemeint sein. Hier ist schlecht übersetzt worden, aber vor allen Dingen auch ohne Kontext übersetzt worden. Nochmal ein Beispiel dafür, dass man im Englischen vor allen Dingen Formen von Wörtern oft nicht unterscheiden kann. Eben habe ich erzählt Nomen und Verben. Und hier ist es der Imperativ und der Infinitiv. Und den man nicht unterscheiden kann, was häufig zu komischen Fehlern führt. Ich weiß nicht, ob euch die schon mal begegnet sind. Mir begegnen die dann und wann mal wieder. Und ich habe es hier aus dem Update von Microsoft. Ich zeige euch aber gleich auch noch ein anderes Beispiel, wo das so passiert. Da steht im Englischen, schaut mal, unter dem zweiten Querstrich steht hier Join the Office Insider Program to get early access to new releases. Dieses Join, wenn ich da das anklicke, dann ist das von meiner Seite aus gesehen ein Befehl an den Computer. Wie ist es aber übersetzt worden? Guckt mal, nehmen Sie am Office Insider Program teilen, um früh Zugriff auf neue Versionen zu erhalten. Das ist genau anders herum geguckt. Das ist so, als würde einfach in einem Text ein Hinweis stehen und da steht Join bla 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 bla. Das ist, habe ich an anderen Stellen schon gehabt, habe ich jetzt leider keinen Screenshot dafür. Da ging es um das Wort Close, also schließen. Und wenn natürlich in einem Hinweistext zum Beispiel drin steht Close the Program and try again, dann würde das übersetzt werden müssen mit Schließen Sie das Programm und versuchen Sie es noch einmal. Wenn aber auf einem Button draufsteht Close the Program, dann ist das ja ein Befehl von mir an die Software und dann muss da Programm schließen stehen. Und dann gibt es dann teilweise solche Fenster, auf denen dann auf dem Button draufsteht Schließen Sie das Programm. Und ich wundere mich dann immer, ich denke, mein Gott, soweit ist es schon gekommen, jetzt sieze ich meinen Computer schon, wir gehen aber sehr, sehr förmlich miteinander um. Dieses Beispiel hier übrigens, das ist ein ganz komisches. Und ich kann mir das nur folgendermaßen erklären. Also das ist aus Google Sites, und zwar der alten Version von Google Sites, also der Website Software von Google, wo man relativ einfache Websites mit erzeugen kann. Und wieso steht hier auf diesem Button, wo man eigentlich ein Bild austauschen möchte, ersetzen sie folgenden Code-Abschnitt. Wie kann das passiert sein? Ich kann es mir nur so erklären, dass irgendwo in diesem ganzen Gebilde von Software es eine Situation gab, wo stand Replace, dann kam ein Stück Code, und dann kam With, und dann kam wieder ein Stück Code. Und dann wurden wieder mal einzelne Dinge übersetzt, und das Wort Replace wurde dann übersetzt mit Ersetzen sie folgenden Code-Abschnitt und wahrscheinlich an anderer Stelle dann das With mit folgendem Code-Abschnitt. Und jetzt ist das Wort Replace in der Übersetzungsdatei drin, als Ersetzen sie folgenden Code-Abschnitt. Und schon haben wir hier diesen absurden Button, wo dann da steht Ersetzen sie folgenden Code-Abschnitt. Völlig aus dem Kontext und auch noch Imperativ und Infinitiv vertauscht. Ersetzen sie, sondern ersetzen. Ich gebe einen Befehl an den Computer. Dieses Übersetzen außerhalb des Kontexts führt öfter mal dazu, dass es Software gibt, wo Dinge drinstehen, die man nur dann versteht, wenn man auch weiß, was da auf Englisch steht. Da wäre es dann manchmal einfacher, man würde die Software gleich auf Englisch benutzen. Hier habe ich ein Beispiel aus einer Bildbearbeitungssoftware und da ist das der Mechanismus, mit dem man die Toolbar einstellen kann, mit dem man da einstellen kann, was da eigentlich drin sein soll. Werkzeugleiste einstellen. Es steht auch Werkzeugeinstellung, das ist alles soweit okay. Dann haben wir hier eine Auswahl, Einfachauswahl, Gemälde, retuschierend, Zeichnung, retuschierend, komisch. naja, retouching steht da im Englischen und das kann retuschieren heißen oder auch retuschierend. Man hat sich hier für das Falsche entschieden. Das ist aber noch nicht das Schlimmste, weil wahrscheinlich hätte man darüber hinweg gelesen und hätte das gar nicht gemerkt. Das Schlimmere ist eigentlich bei diesen Icons, die hier zu sehen sind, in der unteren Zeile, erstmal das mittlere, beschneiden, ich weiß nicht, ich hätte das früher eher zuschneiden genannt, nicht beschneiden, okay, auch noch nicht so schlimm, aber daneben steht Scheibe, Scheibe und dann Messer. Im Englischen steht an dieser Stelle Slice und das Verb to slice heißt zerteilen. Das Nomen Slice heißt unter anderem Scheibe, Slice of Bread, eine Scheibe Brot. Also hier ist es richtig, richtig schiefgelaufen. So, jetzt habe ich euch viele Beispiele gegeben und ihr seht an all diesen Beispielen, Übersetzen in diesem sprachlichen Zusammenhang ist echt nicht einfach, denn man muss im Kontext übersetzen, man muss daran denken, dass gleiche Dinge, die in einer Sprache gleich sind, in der anderen Sprache, dass es da sein kann, dass man die ungleich gestalten muss, das muss man bedenken und muss das dann hinterher einem Test zuführen und es geht sogar noch weiter, wenn wir mal an die letzten Wochen zurückdenken, wo es über Konventionen ging, wo ich euch über Konventionen was erzählt habe, dass Sprachstile auch stark von nationalen Gepflogenheiten, kulturellen Gepflogenheiten abhängen. Also, das ist zum Beispiel in unserem Sprachkreis oder Kulturkreis sollte man besser sagen, völlig in Ordnung ist, zu sagen, das und das muss gemacht werden, machen sie so und so oder genau, sie so und so, während es in anderen Kulturkreisen, zum Beispiel im asiatischen Raum, eher üblich ist, das Ergebnis zu beschreiben. Also, nicht öffnen sie die Fenster, sondern für ausreichend Belüftung muss gesorgt werden, zum Beispiel. Und diese Unterschiede sind natürlich noch mal schwieriger zu fassen als diese eigentliche einfachen Übersetzungsaufgaben, über die ich heute mit euch in diesem Video hier gesprochen habe. Und um diesen Dingen nahe zu kommen, da kommt man eigentlich nicht darum, das zu testen. Es kann dann schnell passieren, dass eine Software zwar korrekt ist, auch korrekt übersetzt wurde, auch korrekt funktioniert, aber als unhöflich empfunden wird und ungebührlich die Sprache eigentlich verwendet wird. Und da kommt man nicht umhin, als das in der Ziel Sprache, in der Ziel Kultur zu testen. Und testen ist sowieso eigentlich das A und O, denn man kann sich vieles überlegen, aber ob es dann tatsächlich eigentlich auch alles so ankommt und ob die Leute das auch tatsächlich so verstehen, wie man sich das überlegt hat, das ist eine ganz andere Frage. Das heißt, gerade in diesem Bereich der Gebrauchstauglichkeit ist das Testen A und O. Und ums Testen soll es deswegen im kommenden Video gehen.